das ist der den wir fertig gemacht haben die pydonschüsse kam ja ungefähr aus nordosten die menschenflasher weg ist ja egal wer war das ich war das nicht ich nicht hat auch niemand geschossen ich habe leben verloren das ist die ruhe vor dem sturm das ist ja klar benutze die limmeltüte bevor ihr euch juckt zwischen warte Mahlzeit, willkommen zu Staffel 18, Folge 15. Mit dabei sind wieder Jules Energetics. Hallo. Wir haben Blut geleckt, wir wollen jetzt mal hoch zu dem gefrorenen See und gucken, ob der Typ, den wir geradet haben, immer noch da ist und von da aus in Richtung Strand runter, wo die ganzen Newbies immer anfangen gleich zu bauen, anstatt mal ein bisschen ins Landesinnere zu latschen. Wir haben jetzt ziemlich viel Muni mitgesät. Ich bin da am dritten Stack machen gerade. Und wir werden schon irgendwo bei Holzbutzen finden, denke ich mal ganz stark. Oder was? Wolf, Wolf, Wolf. Ich habe ein Dingsmesser, ja. Ich habe noch eine Achse, und falls. Ich habe noch eine Spieztacke dabei. Dieser drobe Wolf. Hast du Schaden genommen von dem Wolf? Hm, 10. Ja, dann ist er rechtzeitig beschützt. Er hat sich tatsächlich wieder aufgebaut. Tür geht auf. Ja. Er geht raus. Ja. Und er geht wieder rein. Na. Na, ja, hatten Sie es gesehen. Pfeife ab, den Vogel. Hat aber schon eine Metalltür. Aufpuschen. Irgendwann hat der vor. Der will uns weglocken. Warte mal, ich glaube, der will, der will jetzt hier zubauen. Hä, wieso kann ich denn hier zugreifen? Ach, das ist ja meins. Ja, das ist ja das, was ich da gerne bin. Läuft nach links rum. Wieder links. Jetzt auf 30 gleich. Kommt jetzt gleich bei 30 hoch. Ja, ich sehen. Das ist ja nur so, dass der Shootkey belätzt. Weil ein Russe ist das. Treffer. Das ist der, den wir fertig gemacht haben. Ich glaube, Motten kann er mir mehr geben. Wollen wir den TC wiedergeben? Wollen wir mal nett sein, oder? Och. Ja, das ist so eine Base, was er da vorgebaut hat. So richtig, der Drecksbühle-Base. So, gucken wir mal. Wir laufen jetzt mal in die Richtung hier. Auf den Berg rauf. Gucken wir mal nach. Was hier alles so gibt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. War hier über den Kamm. Da drüben sieht es aus, als würde jemand bauen. Auf Osten. Entweder baut er, oder es ist irgendwo offen. Da ist einer. Wo ist einer? Da ist 50 rechts. Wo? Wie viel? Auf 140 aus meiner Sicht. Hinter dem Schnee. Ich laufe jetzt mal drauf. Der ist oben aus Holz. Der ist was hinten. Also kein Spiel an der Butze, meinst du? Ich habe auch gerade jetzt an Spiele gedacht. Achso, schon. Ich schätze mal, dass das aber nur eine Starter-Base für die, die da neben dran ist, war. Ja, hier wäre eine Holztür. Hier ist Holzwand. Und Holztür. Kann man mal, ach nee, ist um Stein, ne? Du kannst, du kannst ja hier, ja, ist alles Stein. Hier unten ist noch eine Base auf Südosten 140. Mit Holztür. Starter. Ja. Ja, kein Plan, wo wir jetzt reingehen. Welche wollte er denn? Boah, ich wollte tatsächlich hier oben keine nicht unbedingt, weil ich glaube, dass das vielleicht nur so Starter waren. Oh, was ist denn hier unten? Wo denn? Äh, 250. Das ist auch das Metall. Ja, und davor, die ist halt, könnte auch dazugehören. Ah, wir machen was auch jetzt hier vorne, der Typ, ne? Wo wir den mit, äh, Shutgun erledigen? Ah ja, genau, warte, ich hab dir. Sag, wer soll es sein? Ja, kann man. Ja. Da ist schon. Das war immer Kopf. Oh, F-Scrap. Oh, ein Bohrhammer. Ich hab einen Bohrhammer aus der Kiste geholt. Sauber. Bonk. Mein und ich. Wollen wir hier aufmachen? Ja, auf jeden Fall ein Code-Log. Ja, lass doch auch mal. Also schlecht. Ich hab mal vorzunehmen. Die Pythonschüsse kam ja ungefähr aus dem Nordosten. Ich krieg da meine Linklichen. Nur Metalltür. Fuck, du Scheiße. Hm, Mist. Ja, sind wir da oben auf den Berg drauf. Mal bessere Übersicht. Der Senkel fügt mich so unwohl. Da rechts ist eine Butze. Was ist denn jetzt hier, Alter? Bei denen ist eine Tür offen. Da hinten ist ein Airdrop. Geradezu. Und ich sehe eine Holzbase. 160. Komplett Holz. Und wie gesagt, hier auf 250, da ist eine Doppeltür in der Base auf. Könnt ihr mal hier herkommen kurz? Oh, und im Wald ist auch eine Base? Okay. Stehe ich mal hinten? Naja, weiter da. An der Ecke. Wohl. An der Ecke, hier. Ja. Er hat Metalltür, aber hat noch ein Holz da. Okay. Kiste sehe ich. Und ist danach offen komplett. Ist das hier Holz? Ja. Das ist alles Holz, ja. Äh. Was? Ist hier eine Holzkiste? Da sehe ich. Ist das, Alter? Ist das schwer zu erkennen? Bauschrank, glaube ich. Ja, kein Plan. Sagt was. Ich gehe mal gerade hier oben bei der Kogaktiv vielleicht noch. Hm. Da ist auch noch eine Base auf 230, hinter den Bäumen. Ja, die gehört aber, glaube ich, mal zu der großen, die hier gebaut wurde. Hier sind auch Holztüren. Also zumindest eine Holztür und ein einzelnes Schloss. Also Solo-Spieler. Schätze ich mal. Ne, geht nix? Ja, komm. Komplettes Stein-Dach. Könnte halt teuer werden. Weiß ich nicht. Ein Fortreicht? Ja. Wir haben ja noch Muni. Das ist er denn nicht. Ahem. Oh, aber es ist auf Zeit. Ja, wir könnten picken höchstens. So ein sieben Picken sind das. Ich habe eine Picke dabei. Das reicht nicht. Hm. Ah, shit, ey. Wir bräuchten eine Botze, die wir auch machen können, wo ein Ding drin ist. Ja, da sieht es denn da unten aus. Oh, warte mal, hier hinten ist auch noch eine Base, direkt. Da hinten sind überall Base, wenn ich das mal so sehe hier. Hier direkt ist auch noch einer. Mal gucken. Ja, hier ist komplett auch aus Stein. Ich weiß nicht, wo ist denn die Tür? Oh, okay. Oh, so, so, so. doch echt bitte 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 einer scheiß drauf wo ist offen die wurde wohl geradet hier aber das sind 36 schrott drin ja könnte man übernehmen dann die putze hier die menschenflächer ist ja ekelhaft 22 krepp nochmals ok ja den rest was ich stoff fertig passt naja jetzt weiß ich nicht wo wir als nächste team gehen ich hab noch zwei von 58 insgesamt an okay alles klar noch eine steile base hier vor uns ja aber zu nahe würde ich nicht rein mit unseren waffen dazu sehen die sind pythons ich meine jetzt auch eigentlich nur an die base hier ja ich sehe den spieler läuft auf direkt nördliche richtung auf der straße hier ist auch noch holz sag mal wenn wir sind dazu kriegen dass sie nahe kommen dann hätten wir vielleicht möglich klar haben wir da eine möglichkeit wollen wir die hier noch aufmachen ja macht ihr mal ich pass auf ich gucke auf die straße ich sehe aber die spiele halt nicht ne die sind weggelaufen also in die andere richtung richtung norden ja genau die straße komplett hoch und jetzt habe dann habe ich sie nicht mehr gesehen weil meine auflösung ja ich bräuchte man vielleicht noch mal einen schuss kannst du haben von mir ich krieg euch jeder 31 schuss sind immer hier die kappe ist gleich kaputt das ist egal dass das ist nicht schlimm da geht externe die kommunie ne ah ja danke ich mach dich kaputt ich mach dich kaputt ja ich sehe spieler befährt sich aber wieder doppelt für wir müssen nach dem raid auf jeden fall nochmal zurück er ist langweilig aufzupassen wenn offenes sagt bescheid dass ich den zuschauern ich habe keine muni mehr ich habe noch platz ich habe auch noch der nimmt als russer aber ich habe den bauschank von ihm könnte auch mitnehmen den schreiber vielleicht mal jetzt noch holz im lagerfeuer dampfen wir zurück meine ja gut wir sind voll ich habe extra neben nicht geschossen wird mir den rücken geschossen niemals jetzt kann die kohle ist runter heftig ich stehe gerade die kohle haben wir noch ich merke noch mal plus sechs im marge in der rechnung der bayern 20 männer rechnen müssen wir laufen so her immerhin bohrhammer gekriegt ja 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 helikopter auf 50 50 laufen wir am berg und rechts lang oder über den berg rüber unten rechts oder katsch und rechts und links meine ich ja meine ich auch ja weil im dunkeln die neue der war das ich würde es nicht mehr dann habe ich geschossen ich habe leben verloren lauf weiter noch weiter noch weiter ja ein wolvertyp und dunkelfeilig mit den affen ne 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 halt links oh Gott hm 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 versteckte kreis wo geht es hier runter oder was ich mal ganz kurz lichtern hier hat er gesehen ich bin am verhungern ja ich hab mir auch lang kommen müssen jetzt hier hoch oder nach rechts vorne lagerfeuerlicht richtung 200 oder dann war eben gerade ja das ist drinnen im dings hier im schredder wir schreddern zu gerade oder es muss nackt herum läuft heißt nackt herum jetzt muss man straight hier nach oben hier sind wir passt genau nach hause mein mann da wurde opa energetik schon wieder beim laufen angeschlossen so langsam wie er ist dacht ihr es vielleicht war das auch nur ein schuss das ist ja klar aber nur mutig die kugel für mich ab auch durch war weit genug weg armen hinter und auch diese Leute müssen auch direkt übrigens er auf dem erdruck zu er ist noch weit weg Prozent nicht links ist aber mpc möglich das sind uns so interessiert ist recht zu so gewählte bäst weiter links vor den felsen links gut die ausbeute weil es nicht so toll aber besser zu unterstützen alles alles ja eine gtx ne augen aufmachen mit neid der konnte sind für blinde vermögen nicht ganz sein ab er hat 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 er Ja, zumachen werde ich schlecht. Oh, ist ja langsam heute wieder. Gut, alles klar. War ja doch erfolgreich. Immer so bei lebendig nach Hause gekommen mit ein bisschen Loot. Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Ciao. Tschüss. Das ist ein Geräusch. Ach, das ist der Bohrhammer. Ach, Mann. Du bist reingelaufen. Ich bin eh schon am... Ich wollte testen. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt für heute doch schon abmelden müssen. Party-Time, oder? Nee, tatsächlich nicht unbedingt Party-Time. Fickzeit. Ja. Nee. Na? Das hast du gesagt. Du hast es nur über dich ergehen lassen. Guck mal, so ein... Ey, Bruder von Lube, Alter, ne? Sagt egalisch, was? Nein, das ist tatsächlich... Tatsächlich erst auf dem Geburtstag noch. Ich hab eigentlich gedacht, dass der überhaupt nicht mehr feiert. Aber jetzt hat er doch noch eingeladen, spontan. Ja, ja. Und danach... Weiß ich nicht, wie viel Uhr es dann wird. Naja, ich denke mal nicht, dass dann das noch klappt, weil du ja nicht bumsen gehst, nicht feiern gehst, natürlich, ne? Und ganz brav ins Bett fällst, weil du müde bist vom vielen Gläserheben, die leer sind, um sie nur wegzustellen. Ja, und vom Abspülen und so. Genau. Das ist aber passbar, ey. Ja, was soll ich sagen? Übelste Kameradensau. Ich leg mich jetzt einfach mal beladen hierhin. Oh, ist das ein Oberkameradensau, Alter. Geht ja nicht, ey, jetzt müssen wir noch... Bateifen beladen. Nein, ich packe hier noch was in die Öfen, Holz. Das ist ja... Wow, die sind toll, Alter. Wo ist die Bruch? So, guck mal, ich hab sogar alles jetzt soweit einsortiert, wo ich einsortieren konnte. Trotz hier wünsche ich dir ein schlechtes Wissen. Oh, mei, mei. Willst du jetzt wirklich noch ernster? Nein. Wär doch auf. Zuerst, wenn ich zielt, dann müssen wir es nehmen. Das ist alles gut. Oh, 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 ich hab nicht gedacht, dass... Oh, 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 nein. Das ist die Ruhe von dem Sturm, das ist ja klar, ne? Oh, 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 oh. Du lockst jetzt mal mit diesem Lautergeräuschern und... Oh, 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 oh. Dann mach wenigstens ein Schalli drauf. Nein, ich bin... Nein. Ich verflute. Ich habe eine Frau, die sind nicht mehr. Oahhohohohohohohohoho. Ja dann lootet mich jetzt auch. Komm mal hin. Dieser kleiner Arschmader. Ich bin hier voll zusammengezockt, man. Sag mal auf der Radiocout hier nicht, dass wir reinkommen. Ja. Was hier abgeht. Kleiner Drecksack. Woher ich das wusste? Ach, jetzt musste ich auch noch... Ach nee, jetzt bin ich raus. Also ganz ehrlich, 275 Sekunden. Ja, ne? Dann bau mich jetzt wenigstens hier noch ab. Das ist... Das ist ja natürlich... Ich meine, mir tut jetzt schon die Frau leid für die dran rauf rüber, zwei Sekunden da, aber... Benutzt wenigstens eine Limmeltüte bevor ich ihr nach ihm juckt zwischen dir. Warum eine Limmeltüte? Na, was denn? Ich krieg doch ein Ding zu scheiße. Na ja... Wärst du das nicht wieder, Mann? Nein. Oh, Mann. Ich kenn die Bezeichnung echt nicht. Na, niger. Bei triste Bu Dein Bis zum nächsten Mal.